Was würdest du Anfängern und auch ein bisschen Fortgeschrittenen mitgeben, wie man seine Bestandskunden richtig pflegt, wie man mit denen besser umgeht, wie man halt von diesem Bestandskundengeschäft mehr profitiert, als jetzt einfach neue Leute reinzuschaufeln sozusagen und da irgendwie von Monat zu Monat zu leben? Das sind ja zwei separate Fragen. Das eine ist, wie verdiene ich an meinen Bestandskunden mehr? Das war die zweite Frage. Und die erste Frage ist, wie sorge ich dafür, dass meine Kunden, die ich habe, glücklich sind? Wenn wir vom ersten Punkt sprechen, wie kriege ich meine Kunden glücklich, dann ist Kommunikation und Verständnis das wertvollste überhaupt. Weil dein Kunde bucht dich aufgrund dessen, dass du für ihn eine Lösung hast, für ein Problem, was er selbst nicht gelöst kriegt oder selbst nicht lösen möchte, womit er sich beschäftigen möchte, wozu ihm Expertise, Wissen, Fähigkeiten fehlen. Und das Schlimmste, was du deinem Kunden antun kannst, ist ihm im Prinzip im Dunkeln stehen zu lassen und irgendwas zu machen, ohne dass er nachvollziehen kann und versteht, wie der Prozess gerade aussieht. Also ist Kommunikation das A und O. Schaffe einen Kommunikationskreislauf, der auch für deinen Kunden einfach zu verfolgen ist. Wir zum Beispiel nutzen dazu Slack. Wir machen Slack-Connect-Kanal mit unserem Kunden und kommunizieren dort alle Kleinigkeiten. Wir nutzen für Briefings Google Docs, wo wir ausführlich alles Wort für Wort runterschreiben, was zu tun ist, was gerade ansteht. Nehmen das dann auch noch mit Loom komplett einmal auf, um alles zu erklären und noch mal genauer zu erläutern, senden das dann alles in Slack einmal rüber. Nutzen Google Drive natürlich zum Sammeln von Informationen, dass wir den Kunden nicht ständig was fragen müssen und dass er uns auch nicht ständig was fragen muss, um halt Sachen hochzuladen. Und dann machen wir einen Jurfix. Das heißt, einmal die Woche telefonieren wir mit dem Kunden, meistens via Zoom und sprechen dann dort das Reporting durch. Das heißt, Reporting ist der nächste Punkt, wo wir ganz klar KPIs festhalten, also Key Performance Indikatoren. Das heißt also Leadpreise, Impressionen, was haben wir ausgegeben, was war das Ziel und und und. Also alles wird aufgeschrieben, alles wird ausgewertet in einer Google-Tabelle, so dass der Kunde das hat und wir das haben. Und dann sprechen wir darüber. Wir sprechen, wie die Woche lief, haben wir unsere Ziele erreicht, wir sprechen über das Reporting hinten raus, sind wir gerade glücklich, was wollen wir machen, was können wir besser machen, wollen wir die Budgets erhöhen und und und. Sprechen das alles durch miteinander, sind immer auf einer Seite, fassen das dann nochmal zusammen, posten das in Slack rein, inklusive der neuen Aufgaben, die zu tun sind und arbeiten uns so im Prinzip von Woche zu Woche mit dem Kunden zum Ziel hin. Und das ist eigentlich so das A und O, Kommunikation und Verständnis, in dem Sinne, Verständnis für den Kunden haben und halt super gut kommunizieren mit dem Kunden hinten raus. Und das Nächste ist dann dafür zu sorgen, dass du mehr für den Kunden lieferst, als er erwartet. Und mehr für den Kunden lieferst, als er von anderen gewohnt ist, damit er einfach hinten raus glücklich ist und sich denkt, wow, Wahnsinn, das ist richtig cool, damit habe ich gar nicht gerechnet. Gleichzeitig, dass du der Sparringspartner für deinen Kunden bist und immer wieder deinem Kunden neue Vorschläge lieferst und neue Ideen mitgibst, wie man etwas besser machen kann, worauf er selbst nicht kommt oder gekommen ist. Und du auch einfach deine Expertise und dein Interesse, ihn und sein Geschäft voranzubringen, in jeder Sekunde, wo du es tun kannst, unterbringst, um ihn einfach zu unterstützen, damit du für ihn einfach ein sehr wertvoller Partner bist und bleibst und er dich nicht missen möchte. Du verdienst mehr Geld mit deinen bestehenden Kunden, indem du im ersten Schritt die erste Dienstleistung solide lieferst und dafür sorgst, dass er happy ist. Und dann dafür sorgst, dass dein Kunde mehr Geld verdient, als er in dich investiert. Wodurch er sich natürlich die Frage stellt, warte mal, wenn ich jetzt noch mehr investiere in die Leistung von meinem Partner, kann ich ja noch mehr verdienen hinten raus. Und dazu solltest du natürlich auch mehr Leistungen anbieten können. Und dein Kunde startet bei Punkt A. Punkt A, dem Punkt, wo er gerade ist und nicht mehr sein möchte. Und möchte zu Punkt B, dem Punkt, wo er seine Träume, seine Ziele, seine Wünsche, sein Verlangen gestellt ist. Und jetzt kannst du ja immer alles von kleinem Punkt A, vom großen Punkt A zu einem kleinen Punkt B, von einem kleinen, zu einem weiteren kleinen Punkt B, zu einem weiteren kleinen Punkt B, zu einem weiteren kleinen Punkt B bringen, bis du beim großen Punkt B bist. Das heißt, jeder kleine Punkt B wird dann wieder zum neuen Punkt A. Das heißt, wenn wir hier jetzt Großpunkt B haben und hier Großpunkt A, dann ziehst du ihn ja immer näher hier rüber. Das heißt, auf dem Weg entstehen ja immer wieder neue Herausforderungen und Themen, die es zu lösen gilt, die du in deinem Geschäft natürlich in- und auswendig kennen solltest, aus denen du nachher Leistungen entwickelst, die du hinten raus deinem Kunden verkaufen kannst, die natürlich für eine Umsatzsteigerung oder Zufriedenheitssteigerung, Bekanntheitssteigerung oder sonstige positive Effekte bei deinem Kunden sorgen, die im Gegenwert zu dem stehen, was er dir bezahlt und im besten Fall sogar mehr. Das heißt, wenn du mit einem Kunden startest und für ihn Facebook-Ads schaltest und das läuft super und du stellst dann fest, okay, ich komme bei Facebook nicht über ein Budget von 3.000 Euro am Tag, weil dann die Kampagnen-Performance nicht besser wird. Die bleibt gleich oder wird schlechter. Das ist das Limit, was wir auf Facebook gehetet haben. Das ist die logische Schlussfolgerung. Lass uns auf eine neue Plattform gehen. Lass uns jetzt YouTube-Ads schalten. Und dann nimmst du natürlich das gleiche Geld wieder bei YouTube. So, dann kannst du auch noch Google Search mit dazu verkaufen. Du kannst Google Display mit dazu verkaufen. Dann gibt es noch LinkedIn. Dann gibt es noch TikTok. Dann gibt es noch Tabula. Dann gibt es noch Snapchat. Was du als Traffic-Plattform mitverkaufen kannst an ihn. Dann kommt für viele, okay, wir haben jetzt viele Leads. Verwerten wir die auch richtig? Weiß ich nicht. Okay, lass uns mal reinschauen. Haben wir schon E-Mail-Automation? Wir können für dich eine E-Mail-Automation bauen. Wir können für dich Newsletter-Marketing machen. Und zwar die ganzen Newsletter bauen. Wir können jetzt die Zielgruppe erweitern, so wie ich es in einem einen Video erklärt habe mit Jürgen Höller, der jetzt als Motivationstrainer Nummer eins in Europa positioniert ist, hinzu. Wir hatten davor ein sehr spitzes Angebot. Lass uns doch jetzt ein breiteres Angebot schaffen. Weil es gibt Zielgruppen. In die gehst du rein. An denen verdienst du Geld. Aber diese Zielgruppen haben ja irgendwo mal auf dem Weg angefangen. Das heißt also, wenn dein Angebot jetzt gerade das ist, ich helfe bestehenden Agenturen erfolgreicher zu werden, mussten die ja irgendwann mal eine Agentur gründen. Das heißt, jetzt kannst du ja hingehen und kannst sagen, ich bringe Leuten bei, wie sie eine Agentur starten. Weil damit baue ich mir automatisch die Kundschaft schon für die nächsten Jahre auf, für die nächsten Produkte, in denen ich ihnen nachher helfe, ihre bestehende Agentur noch erfolgreicher zu machen. Und dann halt ein neues Angebot mit deinem Kunden zu kreieren, was ein bisschen breiter ist hinten raus. Mal einen neuen Funnel auszuprobieren mit ihm. Und das sind alles Dinge, die du dann halt einfach aktiv sehen musst. Aber das sind genau die Wege, die wir mit unseren Kunden gehen. Wir starten mit einer Plattform, dann nehmen wir die nächste dazu, die nächste, die nächste. Wir fangen mit E-Mail-Automation an, dann E-Mail-Newsletter-Marketing. Dann testen wir einen neuen Funnel, dann kreieren wir mit denen mal ein neues, breiteres Angebot hinten raus. Und dann fängt es meistens an, dass wir halt mit Partnern arbeiten. Und zwar, okay, jetzt bauen wir einen YouTube-Channel für euch auf. Jetzt machen wir Videografie für euch. Jetzt machen wir mal einen richtig krassen Imagefilm. Jetzt machen wir mal ein Fotoshooting. Jetzt fangen wir mal an mit Branding. Das sind dann so die Sachen, die du down the line halt als Agentur mit und weiter verkaufen kannst. Jetzt könntest du rumspinnen und kannst sagen, hey, lass uns doch mal ein Angebot entwickeln, in dem wir NFTs mit reinbringen. Ja, wo wir sagen, okay, wir kreieren jetzt dafür ein Angebot, zum Beispiel hier hinten raus. Habt ihr schon ein Affiliate-System? Also habt ihr schon ein System, wo ihr mit Empfehlungen anfangt, nachher Geld zu verdienen? Ist das schon vorhanden bei euch? Und dann kann es natürlich auch in Beratung, in Consulting gehen. Läuft euer Vertrieb gerade gut? Schließen die genug ab? Ist das Vertriebssystem, was ihr nutzt, überhaupt gut? Oder ist es verbesserungsfähig hinten raus? Was habt ihr noch gerade? Können wir was an euren Preisen vielleicht machen? Oder tun? Können wir in eurem Deliverable was tun? Können wir in eurer Customer Happiness irgendwas tun? Da findest du einen Haufen Punkte, wo du dann down the line halt ganz viele Ansätze liefern kannst, wo du zusätzlich mit Geld verdienen kannst. Aber du fängst halt immer hier an und erst mal mit der Customer Happiness. kein Problem. Und dann wünschst du was��cht. Aber duun tueถ bist und für uns, deine 묻иновst. Je anth吧, ich wünsche dir Intergart Leins. das Ganze